Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, es ist großartig, dass Sie mich seit sieben Jahren begleiten, dass Ihr mich begleitet seit sieben Jahren. Heute ist eine persönliche Ansprache von mir an Sie, an Euch. Herzlichen Dank für die treue Begleitung. Mein erster Dank gilt an Herrn Ute, an Leimann Lokal, der seit sieben Jahren jede Woche mich begleitet, dass keine Woche gefehlt hatte in den sieben Jahren, dass wir heute das siebte Jahr vollenden. Zweitens an Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für die Treue, für die Begleitung, für Ihre Kommentare, für Ihr gutes Wort und für die Ermutigung, aber auch für Ihre eigene Reflexion, für Ihre eigene Unterhaltung und Gespräche über die Themen, die wir aus dem geistlichen Wort entnehmen. Heute habe ich auch noch einen ganz, ganz besonderen persönlichen Dank auszusprechen. Nämlich, ich als ein junger Mann, schon als kleiner Junge, hatte ein großes Problem mit dem Sprechen. Ich konnte nie ein Wort oder einen Satz richtig aussprechen. Ich habe unwahrscheinlich viel gestottert. Wenn jemand mich gefragt hätte, wie heißt du, da habe ich nie dahinbekommen, meinen Namen ganz als einen Satz zu sagen. Und so einer spricht seit sieben Jahren vor der Kamera zu den unbekannten Menschen und einfach bleibt treu zu diesem geistlichen Wort, zu dem Wort Gottes. Und da habe ich ihm zu verdanken. Nämlich, Jesus hat mich geheilt. Jesus hat mich begleitet. Bis etwa 25 oder 27 Jahren habe ich so stark gestottert. Und dann später entwickelte ich einfach durch die geistliche Übung so weit, dass ich frei sprechen konnte. Heute spreche ich eigentlich nicht in meiner Muttersprache, oder? Nämlich in einer anderen Sprache, die ich jetzt seit 18 Jahren spreche. Das heißt in Deutsch. Und dafür bin ich so dankbar, dass ich dieses Geschenk von Gott erhalten habe. Dass ich wirklich ohne Angst sprechen darf. Alles hat er mir gegeben. Die Kraft zu sprechen, die Kraft zu denken und die Kraft für seinen Glauben zu überzeugen. Da bin ich so dankbar, dass wir sieben Jahre hinter uns haben. Sie wissen ja, sieben Jahre bedeutet ja eine gute Zahl. Eine vollendete Zahl. Sieben Tage der Woche. Das heißt, da kommt die Woche zu Ende. Oder es gibt auch biblisch ganz viele Erklärungen für die Zahl sieben. Für mich ist es eine heilende und heiligende Zahl, dass ich seit sieben Jahren im Leimenblog, leimenlokal.de, jede Woche mit Ihnen kommunizieren darf. Ab nächster Woche geht das achte Jahr los. Ich bleibe treu zu diesem Gotteswort, was ich mit meinen Gedanken, mit meinen Erfahrungen zur Sprache bringen darf. Begleiten Sie mich. Begleitet ihr mich auf diesem Weg, dass wir gemeinsam den Weg finden. Geben Sie bitte diesen Link weiter an Ihre Freunde, an Ihre Bekannten. Vielleicht haben Sie eine Sammeladresse von Ihren Freunden. Schicken Sie einfach den Link, wenn Sie eine oder andere Videopreddit gut gefunden haben. Am Ende möchte ich Ihnen sagen, Gott segne Sie, Gott segne euch. Geben Sie, Gott segne euch.